So oben so, so, den hier machst du, du machst den hier und dann kommt auf einmal so, die fummelt da so rum unten und dann so, kommt zu der Kopf rauf so, ah, meine Tochter schaut deine Videos. Land ich jetzt eigentlich genau im Stronghold, also genau im Dings hier? Nein, oder? Er läuft! Ich kann schon schwierig werden, also da kommt teilweise auch eine Hage mit Wechsels und so. Hey, wir haben Level 4 Hype Train. Schnell, 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 30 Sekunden, schnell, 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 alles, 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 wir haben Hype Train, Level 4, wir schaffen Level 5, alles, und man muss auch einfach aufpassen, dass es nicht immer passiert, dass wir in der Villager leben, weil wenn alle Villager sterben, dann ist das halt am Ende dann auch, dann ist halt, dann kriegst du das ja schief und nicht, weil der Level nicht abgebrochen wird. Wir müssen die Angel ins Feuer halten. Komm her, die Angel raus. Den Aal räuchern. Komm, wir räuchern jetzt den Aal. Mit einem Arsch fassen. Räuchert den Aal jetzt. So macht ihr also... Das sind sehr warm, muss ich sagen. Sascha, das sind deine Stöße? Mach mal jetzt den Original Stoß, mach den Sascha Stoß. Richtig unsympathisch jetzt. Richtig unsympathisch hier. Bumm, 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 bumm. Shh... What the Fuck? ZUGUU-RWS IMARUNGE Was hören meine Augen da? Ist es etwa wieder wahr? Bitte! Oh, man kann doch... Nee, das andersrum, der Trait beim Clerc, ne? Beim Clerc kriegst du ja auch dieses grüne Zeug. Aber da ist der Trait andersrum, dass du das hergeben musst für Emeralds. Nein, wo bist du? Wo bist du? Hier verbringen Hase und ich, also Luca und ich gerne mal unsere Abende zusammen. Ne, wir testen dich. Ne, wir testen dich. Ja, du bist übergewichtig und arm. Wir gehen auf jeden Fall. Ohohoho. No front. Das platzt nicht, Junge. What the fuck? Unterst... Ey. Bro. Bro, was zur Hölle? Hä? Stundstrahl an! Bam! Da, 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 da! Oh shit! Feuer! Ey, ist der gerade ins Feuer gefallen? Bruder! Ey, alles gut? What the fuck? Bist du gerade ins Feuer gefallen? Stundstrahl an! Von allen Dingen, die man tun kann, bist du gerade... Er will nicht mehr auf den Feuer ran! Blutdruck 190. Oh, es dauert nicht mehr lange Spark. 2.000 Blöcke knapp noch. Sehr gut, Jungs. Jetzt aber, komm! Ja! 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 Ja, Mann! Sehr gut! Jetzt noch die Tränke... Oh mein Gott! Reni und Fabo, wir sind hier auf der seltenen Sachen-Map. War's gut, Basti? Nimm's rein. Ja, danke. Bei mir steht einer so eine E-Mail... Juhu! 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 Mit so einem Handy fotografiert vor seinem Fernseher, so... Yo, Basti, darfst du dein Video benutzen, was ich so... So ein braunes Schaf, so Apropos. Erste Kiste, die ich aufmach. OP-Golapfel. 2!